Servus Leute, wer macht weiter? Halt die Fresse! Wer macht weiter? Wir sind hier bei Titel 3! Titel 3 Wer macht weiter? Alter, was ist denn hier los? Der Text ist unter sich Was? Echt? Achso, ich dachte du hättest mich gerade hier gesehen und gesehen was ich gemacht hab Was hast du denn gemacht? Nee, ich hab mich hier nur versteckt erstmal, ach schade Hier hättest du schon schauen können, das wär so schön gewesen Achso Ab in die Mütterne mit dir Ich war ja auf der Tür oben drauf zu Riebelst Auf der Tür oben, dann hättest ich ja schon schauen können Das ist so schwer Achso Du standst grad den Magnetus-Signal an So, und hast nicht aufgehoben Ich bin ein Achso, ich hab dich aber nicht getroffen Ich hab dich aber nicht getroffen Ich hab dich aber nicht getroffen Eigentlich ist es die erste Runde Ja, ich will nur gut sagen Ei Bist du aber 100 pro Trader Eigentlich So Ne, okay Ich hab mich gepropt So, diesmal hab ich Aha Ich stand rum Aha, ich bin gepufft Nein Nein Ich call mal den, dann kann der Snail wiederbeleben Mit was was Ich hab Snail gepropt Oha Nein Warte mal Ist er wirklich tot? Ja, ich hab ne Bananabombe und ne Objektiv Friendship Wo seid ihr jetzt? Idiot Ich hab Snail mal gecallt Ey Ach, das ist Grievous Boom Boom Ja, Goom ist es, das war schon klar Ich hab Goom gerade gezogen Ja, schreit meinen Namen noch Das war ja klar, dass Goom ist Alter, wie die Waffe einfach... Ich gib ihm Headshot Alter Was ist denn das? Come on Uh Ey, Leggy... Lol Ich wollt schon zuheimlich umsuchen Weil ich wusste, dass Goom ist Weil wir die letzten beiden hier waren Warum war ich denn? Ja, weil wir die letzten beiden waren Weil One War Proven war und Grievous Detective war So Und Snail hab ich geproptkilled aus der Se... Weil den wiederbeleben Aber ich hab so... Das ist so... Ey, du standzauberung 3 Schüsse gegeben, der ist nicht gestorben Ich hab One War O 4 Schüsse mit diesem scheiß Windschuss gegeben Er hat voll den Hack, ne? Ja, ich bin... Das ist Admin-Hack Er hat sogar Blut gespritzt bei mir Dann nur noch einmal Dann dann ja dann in den Schafrhein-Dakonischen Töten Dann schreit er noch nach dem Tod Das Grunde in den Nenem 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 ja auch ein paar zwei Zehn Hundert Euro Ecken ist mit Stress dazu Stress Kugel von den Tragsjahre und der Kornelmann das wird alle anderen Trausort da ist so gut ich bin rum Prozent 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 oder das ist ja ich habe auch um und Bündnischeiß Papier so umliegen ich dachte er wäre es jetzt von euch das Ernst ist Prozent Ich bin immer so betrogen. Ich bin immer so betrogen. Snay ist bei mir nicht Traitor. Snay ist Traitor. Warte, ist er gleich hier. Warte, gib mir den Teleportgun. Ich höre den Teleportgun. Goom. Lass die Leiche liegen. Du gibst den Teleportgun. Gmeiß. Hin. Äh. Da hat jemand Flopper getrunken. Das war nicht ich. Ich will keinen Teleportgun. Ich will Heilung. Ich hab jetzt. Ja gut, dann hol ich auch noch Heilung. Ah schade. Warte. Hier. Ja. Und Heilung geb ich dir auch. Ja. Da ist wer. Oh dankeschön. Sag wenn die mal kommt. Ich brauch Hilfe. Ey ist alles wieder gut. Ja wo bin ich denn hier? Ich wollte nämlich noch was machen. Au. Ich hab Schaden gegriffen. Äh wieso. Leul. Hast ne Kamera aufgestellt. Hast du das gesehen? Du sagst auch unten noch. Eine Kamera? Hä? Ich finde dieses. Das ist das Item zu mir. Oha. Oha. Boom. Das grenzt das sehr. Ja Andy. Das grenzt das fast komplett ein. Boom is proven Andy. Ja warum schießt der denn auf mich? Hier oben hat irgendjemand noch geproben die ganze Zeit. Das ist boom. Boom is proven. Der war neben mir. Das war's nicht. 50. Boom. Boom. Was hast du für ne Waffe grad? AKS. Äh was ist mit Snail? Wieso lebt der wieder? Ey hinter mir. Greaves. Ähm. Gibt doch mal ne Antwort darauf. Ist mein Mikrofon der? Nee ne ist es nicht. Lol. Nein ich will die teleportgun benutze. Ohohohohoho turbo ab. Oh Gott goed bist tot. Hat der ja niemand einen orbital links da. Ähm nö? Ich hab grau so einen roten Strahl gesehen. Es ist so still hier, ne? Ach genau, den Witz, den ich erzählen wollte, also. Wenn's so warm ist, ne, dann müsst ihr am PC einfach ganz viele Fenster öffnen. Habt ihr einen guten Durchzug. Oh, ich hasse ihn. Alternativ kannst du auch Firefox schließen. Oder deine Firewall ausschalten. Wir müssen ihn finden, bevor der Witz weitergeht. Ah, schön. Wann war, willst du nicht mal herkommen? Eigentlich nicht. Warum nicht? Ich erkunde hier die ganzen... Ach du Scheiße. Was ist denn los? Erzähl. Was ist dein Problem? Wann war? Ja. Wann war es? Ja, ist Kevin. Lauf ich gegen eine Wand? Ach, verdammt. Das waren noch alle Kavins. Ja, manche nur schlimmer. Die Wand des Wissens. Da laufen sie gegen und kommen nicht durch. Au. Ich glaub ich hab was gesehen. Nein, tot. Das ist es. Das hast du bestimmt gesehen. Ja. Alter, wie lange sind diese Dinger denn? Ich mein, ich geh nicht raus, weil das mein Tod wäre. Aber... Da hat er schon wieder seit jemandem eine Orbital gemacht. Gut, 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 gut. Komm her. Komm her. Oh boh. Oh boh. Oh boh. Ja. Ich hab' nicht mal einen Schuss abgegeben. Glaub ich. Hast du diesen Kerliges mal gesehen? Wo ist das Ding denn? Nein, das hat's uns nicht gebracht. Banale. Da hätte es sein können. Tja. Komm mit auf Langeweile. Gumm. Englisch mal auf, ja. Ja. Ja, achts schön. Ich dachte ich hätte das gehört. Meins doch wohl. Ich hab's noch gehört. Verdammt. In den Schächten. Ja, ja. Das war mal ein langes Gefühl. Boah, cool. Aber wie bist du mir so aufgefallen? Ich hab dein Name gesagt als ich schon tot war. Ja, hast du. Oh, es wäre so hell plötzlich. Oh, es wäre so hell plötzlich. Boah, cool. Ja, ne, dann sieht man mich ja. Nicht zwingend. Ich seh grad, wann wir wollen die Köchin. Ja, zeig mal. Es gibt so schlimm. Es gibt Tippnippel mit Beinen dran. Ja. Aber ich will auch. Oh. Das sieht echt aus, als ob sie irgendwie gedreut wird. Eine typische Kevin Kost. Ja. Ne, ich hab G36. Boah, das bringt ja nicht viel. Oh, nö. Wow, was war das jetzt? Hm. Hm. Oh, so grob. Start of. Andi. Hm? Was ist los? Hallo Andi. Hallo Andi. War das? Hallo Parkuhr. Äh. Ne, was? Hallo Parkuhr? Boah. Kennt das nicht von ASTF? Alter. Was ist denn das denn? Macht hier Gangbang-Party da drunter oder? Jawoll. Wir müssen uns einperren. Hihihi. Komm nicht mehr rum. Wir müssen ja drin lassen. Ja. Es sind wilde Westen. Komm mal rein. Oh Gott, sie sind weg. Oh Gott, sie sind weg. Oh Mann. Was war das Echse? Was ist das? Habune. Oh Mann, da war eine Abzweigung, die hab ich nicht gesehen. Tja. Das denkst du aber nicht gewartet hast. Oh, fuck. Oh, Slay. Geh auch weg jetzt. Hä seit, was ist das denn hier? Der hängt. Der hängt. Alter, was ist das denn? Hallo. 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 Alter. Er hat geschossen. Wie viele Leute sind denn jetzt schon tot? Oh, geh weg von mir. Warte, warte, warte. Ich mach so. Ja? Okay? Ist das so gut? Ah, okay. Ja, ich trau dir das nicht. Ich bin da schließlich froh. Ich hab jetzt hier geklärt. Ich kenne das hätte jeder gerne. Wo ist jetzt hier, ne? Oh, komm. Geh mal kurz. Jetzt ist ich keine Zeitung. Du weißt. Sie läufst dann nicht rückwärts. Ah! Das geht. Boah, ich hab mir nur noch zwei AP. Okay. Ja. Oh Mann, aber ich weiß, wo ich hinlaube. Hier ist es jetzt offensichtlich. Nein! Was ist das denn? Ach, hier ist auch noch ein Ausgang. Ach. Hallo. Guck, ich schieße jetzt gleich aufs Herzinfarktrisiko. Haha. Der alte Mann. Hey, Wanderer. Ach. Mensch. Wanderer, ich kann ja was schufen, ne? Ah, gut. Ja, das weiß ich, hab ich mitbekommen. Hm. Hm. Das sind halt bei Pufen, ne? Oh, diese Möchchenkern. Das ist die Möchchenkern. Was ist das denn? Der ist missverrägt. Ja, das hab ich auch gerade so gedacht. Goom? Hm. Okay. Nee! Snake wurde von irgendwas erschlagen. Er erschlagen? Ich glaub der Schrank hat ihn getötet. Ich glaub der Schrank hat ihn getötet. Ich glaub der Schrank hat ihn getötet. Ich bin mir da nicht so sicher. Hm? Andi? Goom oder Andi, ne? Okay, Goom geschieht so welcher Sack! Scheiße! Nein! Oh Mann! Snavy Snavy, ne? Hättest du ein bisschen früher sagen müssen. Äh... Mal zurückstehen, hab von den... ...und die Kisten... Ach, Andi konnte mich nicht wiederbeleben da drin oder? ich hatte nichts über ach so hat es keine punkte ich konnte nicht ich habe eine hab nur auf geworfen aber da war eine abzweigung als wenn die leute jetzt alle in den schäften sind aber das ist ein doppelgänger gefunden kann bitte mal jemand der nächste ohne trader wird nach dem doppelgänger um zu gucken ob der noch drauf ist ich habe wirklich die vermutung dass der nicht mehr drauf ist ich meine ich kann das noch mal nachgucken aber das müssen wir halt nach der der ist ja soja dann kann es sein sowie die zaube die ist ja auch nicht mehr drauf ach die taube ist auch nicht mehr drauf ja ja weil das funktioniert nicht ach so und ich dachte ihr hättet den vertreten das ist das problem was ist denn los irgendjemand ist auf jeden fall schon tot doch ich hab nen Todesschrei gehört wenn ich so als er ist ne gut was wir schon mal nicht der war neben mir ich habe einen laut schrien waaaaa wann wo wann wie wann was wann wer ich bin im getränkloser maßen also wann war es jetzt denk ich mal wann wann denkst du aber das muss ja nicht habe ihn gefunden warte ah jetzt sehe ich ihn ist er drin ist er drin warte 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 ja hier entweder habe ich ihn getötet er lebt noch er lebt noch er hat nen bärtenfall hier reingesetzt ach schade ich dachte das wäre ne gute idee ich hab ne taschendampe an da kannst du nicht weiter hast du ihn? bärnfall ist da drin da kannst du nicht weiter aber hast du getötet oder? ne der lebt noch der ist um die ecke und hat ne bärnfall eingesetzt alles gut ne? aber die idee ach man mhm alles wird gut irgendwo anders in den schacht also wann war es in schächten hier hinter ist auch ne ich mach nur ne schächtung alter ja oh Bananen oh access reverse Bananen waaas ruhig mein nachgeladen ok kann man die bombe äh die verlegen so entfernen hm hm äh pass auf äh ne da ist noch ich weiß nicht ob du die entschärfen kannst weg 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 alter das war lebensgefährlich mein freund äh der ist nein noch mal in rücken schießen oh man ah wuff dann war es umgefallen vielleicht muss die taube noch mal komplett neu installieren wann war ich hab ja keine dateien oder so dazu und ja ich ich schicke dir die dateien noch mal die datate ja die dateien datateien genau so wie vorm doppelgänger das wäre sonst ne ja den wollte ich nämlich eben ziemlich gerne mal verwenden aber gegen anteil äh doppelgänger genau der fehlt mir schon die ganze ja ja weil das halt kein workshop item ist richtig sad man ähm richtig sad ich fand den anfang toll dass andi einfach direkt auf mich geschossen hat und ich trotzdem das drögen ab Zeit du 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 äh äh das heißt doch wenn schon time to du 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 äh äh wann war er? ja was war das denn? wo sind sie jetzt hin? hier sind sie Herr Wannwar? ich bin immer noch hier ähm äh 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 wann war okay wow hier ist jemand tot ja ja und was war's nil jeno ich hab jetzt grad nur die Leiche gefunden wow hier bist du guligst oh ich hasse ich jemanden grad auch getrinken gehört das muss Wanderer sein Gumm? Ja, Gumm. Ja, Gumm. Ja, Gumm. Denkst du erst auf mich zu schießen? Ja, musst du doch der andere sein, oder? Nein. Darf ich doch nicht auf mich zu schießen lassen? Nein, wir haben vielleicht mal Bandbacker saugt schon wieder, du Depp. Warte! Auf, mach nicht zu! Schieß du! Stopp, stopp, mach mal! Ja! Du brauchst? Du grüß? Nö. Fuck. Ja, der war's. Oh, wo ist er denn? Call mich mal hin, oder? Warte, warte. Nein, das ist doch gut. Das ist gut was, ne? Warum schießt der auf mich, der Depp? Wo? Wo? Geh auf dieses Wo-Wo, hört sich für mich an, wie ich guck mal die Uni rein. In Exo und geh mal ganz weit weg davon. Fuck! Was soll ich scheiße? Ich guck doch nicht an das fette Ding ran. Das ist blöde, dieses Wann mal wieder eh. Das ist blöde, dieses Wann mal wieder eh. Nur noch, ne? Oh, cool. Scheiß ging das nicht. Ach man, ich hatte nur so ne Cargo Inchester. Ich hatte so ne blöde Woche. Also, die Fake-Leiche war echt nicht gut. Die war echt gut, die Fake-Leiche. Ich muss ja auf Griebe schießen, weil sonst... Was mit welcher? Mit welcher? Mit welcher? Winchester und Deagle. Da kamst du mit Headshot-Busher. Okay? Komm, David. Ach so, deswegen. Ich bin nicht ein glücklicher Mensch. Verstehe. Ja, ja. Also, ich würde ja trotzdem immer noch dabei bleiben. Exo und jede. Aber... Okay. Na Exo? Oh. Oh. Willst du dein Glück zeigen? Nicht stimmt, aber wann war's Detective. Glück. Oh. Glück. Was denn? Was du da... Ich hatte ein Plasma gerade drin. Schade. Nee, ich mein nur... Du hast doch gerade gekauft, JJ. JJ? JJ? Andi ist es. Okay, confirm. Wenn Andi es nicht ist, ist Goom es. Ich weiß, wo die etwa waren. Mist. Nee. Nee, ist es. Er bin. Der war nebenher unidentifiziert gleich und der war überhaupt gut. Ach man, das scheiß Ding hier ist... Ach. Ich hab ja gefährlich gelebt. Und wo du liebst noch, ne? Ich lebe noch, ja. Okay. Okay. Alter. Wo ist die hier erst aufs? Mhm. Ich denke, die das nicht verschleift. Nein. Nein. Okay. Na, na. Ich hab's gut gehört, was du ging. Ich hab's gut gehört. In dem Fristow. Ich hab's gut gehört. ich habe einen kill erzählt diese runde zwar zwar nur ein mannhek du hast dann internationale gegen internationale roboterrechte verstoßen so was geht? na klar! ich kann ja auch probieren wir mal was da aus was so was so war das? was ist das jetzt? irgendjemand will die mal orbital friendship auf mich schießen was ist jetzt gerade? aber hat dich was im visier? was rotes? hast du ja nein ich hasse diese double barrel ja ich habe ihn auch oh danke okay ja ich habe ihn Nein! Nein! Wieso? Morgen ist wieso nicht? Oh Mann oh nein das soll jetzt lieber nicht hier ok reverse bitte bitte warum hast du dich entschieden den beruf dränkaufmacht zu nehmen oh man ja boom hat wie ein bug das ist ja als nebendange zeigt wurde wo er tot ist ja cool das geht bug das ist ein hack ja genau oh wie weiß vor allem aber danke für das medikit dran war das war sehr freundlich aber da habe ich's ne noch mit der leiche gesehen ja ich wollte dich verstecken ja ich weiß ja ich weiß ich will dass die pärin vorbei ist und dann kann ich sehen ob ich ja schießen die pärin die pärin ja oder ich geh hier oder ich mach gleich den hä hau ab detektiv ist verrückt geworden detektiv ist verrückt geworden was ist denn los hier detektiv die pärin geht nicht ab ok war es doch nicht oh oh hey wow wer ist hier wann war wie tun sie hier also mit solchen aufforderungen hey da das war mir einfach zu aufforderung diese aufforderung schon ich guck mal ob ich ihn noch schießen tue naja naja wie wirs hat wann war nicht ist das für mich noch kein beweis wobei wann war tot ist weil wann war dead ringer wann war durch zwölf geschwister die alle aus dem ER trotzdem hat die genfer konvention nix gemacht exe lass es ah goon war schon tot achso der wollte das noch als die leute zeigen ne das ist voll schade tschüss toy soldiers ja tschüss ich bin auch